Hallo und herzlich willkommen zurück bei Rising World. Wir sind wieder hier. Letztes Mal haben wir noch ganz schnell, leider so ein bisschen hektisch, unser Geweih hier aufgestellt. Und ich habe noch alles mögliche gebrutzelt. Theoretisch hätte ich noch was erzählen können, hätte ein bisschen brutzeln können. Und das Fleisch und so ein bisschen hier anbauen, was hier ein bisschen was angebaut, glaube ich. Hier sind die ganzen Wassermelonen, die ganzen Erdbeeren. Brokkoli wird auch immer mehr, wenn man die aberntet, also wenn man die mit der Sichel wegmacht, kriegst du genau die Brokkolis raus, aber die Setzlingewende ist doppelt. Das ist auch ganz nett. Kartoffeln und Möhren halt, ne. So, was machen wir jetzt? Das Dach müssen wir nochmal machen. Wege wollte ich hier nochmal ein bisschen machen. Und wenn ich hier so die Feuerstelle sehe, Hm, was kann man denn da noch Schönes machen? Ich hatte, glaube ich, ein paar Ideen gehabt. Was passt denn hier so draußen? Strandkorb vielleicht? Thron, ne. Gartenstühle, hm. Na, so viel gibt's denn nun auch nicht, ne. Rettungsring, ne. Das würde eher, wenn man so einen Hafen baut oder so passen. Weiß ich nicht. Startschuhe, weiß ich auch nicht, wo ich eine hinstellen soll. Ein Wetterhahn kommt vielleicht irgendwann aufs Dach oder so. Wenn wir das Dach da hinten ja bauen, ganz so schräg, dann entsteht da vielleicht ja auch ein Dachboden oder so. Kanaldeckel. Ich würde auch gerne nochmal eine Kanalisation haben oder so, ne. Aber ich habe mir so ein bisschen was krankes im Kopf so, dass man so gräbt und dann geht das bis zum Meer da hinten. Und dann macht man da Wasser rein mit den Eimer und so, ne. Ich habe keine Ahnung. Das passt hier auch nicht so hin. Gerüst kann einem auch helfen, wenn man ein bisschen weiter oben baut. Müssen wir mal gucken. Hier haben wir sonst auch nichts weiteres. Besonderes, ne. Ne, wo haben wir eigentlich, wo haben wir eigentlich unseren Eimer hier? Haben wir den eigentlich noch hier irgendwo drin? Wo habe ich den eigentlich mal reingepackt? Man braucht den jetzt nicht, aber ich weiß gar nicht, wo der hin ist. Irgendwie habe ich den gar nicht mehr, oder was? Habe ich den mal zerstört? Einfach einfach Müll geschmissen, oder was? Ah, ich bin mehr ein, also. Vier Eisenplatten. So, da haben wir den wenigstens wieder drin. Ja, die Kisten können eigentlich so bleiben. Das Feld, das Feld könnte vielleicht noch ein bisschen gerader werden. So ein bisschen. Hier gefällt mir das auch noch nicht so richtig, irgendwie. Da so, und dann könnte man das auch, ich weiß es nicht. Hm. Ah, Zaun rum, ich weiß das nicht, du. Weiß noch nicht, ob hier alles so bleibt. Hm. Es wird dunkel. Was wollte ich denn jetzt machen, hier? Viel gibt es nun auch nicht. Machen wir hier mal einen Strandkorb oder so hin? Gartenstühle passen mal besser, ne, glaube ich. Ach, das ist ja, das Holz ist, glaube ich, egal, welches man nimmt. Mal ein bisschen Holz wieder. Hier so um die Feuerstelle, du. Kann man hier so ein bisschen sitzen. So. Wow. Geile Idee, wa? Ja gut. Berät man sich da was und so. So, ach ja, ich wollte gerade hier pennen gehen, aber er ist ja. Muss ja auch richtig ins Schlafzimmer. Zack. Dort aber auch. Der pennt aber ganz schön aus. So, wenn ich hier einmal einen Weg mache. Ich weiß auch nicht, der müsste hier einmal vorbei. Vielleicht könnte hier so eine Art Allee kommen. Pflanzen wir ein paar Bäume und so. Das würde ich auch mal gerne wieder machen. Und das Feld. Moment, das ist alles ein bisschen schwierig. Hake brauchen wir vielleicht. Ja, vielleicht uns auch nichts. Keine Ahnung. Das Holz packe ich mal wieder weg. Hier sieht mir irgendwie alles blöd aus hier. Ah, wird das denn Erde, äh, so. Kommt hier denn Gras hin, oder? Der muss dann immer noch weg. Okay. Ja, wo muss ich das abtrennen? Nein, das... Da vielleicht nicht. Na, so ein bisschen blöd. Schweben die Sachen wieder? Oh, das ist alles ein bisschen... Da muss man ein bisschen umgebaut werden. Ich weiß nicht, wie das... Das ist auch ein bisschen blöd. Oh, schon einmal noch die Sichel und schon einmal ein bisschen Gras. Na, so viel... Oh, das ist schwierig, ey. Das ist alles blöd hier. Ja, ich bin nicht so gut hier im Gelände bearbeiten, ehrlich gesagt. Aber das soll er noch ein bisschen höher hier. Nein, nicht so hoch, ey. Also... Ah, das ist schwierig. Na, so in etwa. Wenn ich dann das Gras dahin mache... Warum man das immer so komisch blöckchenweise macht, weiß ich nicht. So. Weil da ja auch noch zu wenig Erde ist. Weil ich nicht weiß, ob das Ding da bleiben soll, ne? Ich muss ja weichen, du. Und was braucht hier alles? Ich weiß es nicht. Holz- und Eisenstäbe. Baut die mal schnell wieder auf, damit ich sie nicht vergesse. Kommt einfach hier erstmal hin. Ich vergesse bestimmt, wo der war. Holz wieder rein. Das wieder rein. Na, ist das ein bisschen blöd hier. Pflanze erstmal hier an, so. Da ist das ein bisschen blöd. Oh, ich weiß nicht. Ich will das hier so ein bisschen anders haben. Besser. Das gefällt mir noch nicht so ganz. Das müsste auch weg. Das müsste auch weg. Erstmal. Hier hinterher sieht das auch ein bisschen blöd aus. Hier hinterher sieht das auch ein bisschen blöd aus. Das müsste zumindest kein Feld sein. Ja, wo packe ich die mal hin? Die packe ich mal hier hin. Mal gucken, wo wir denn noch Licht brauchen. Wieder. Ich weiß noch ehrlich gesagt gar nicht, was das ungefähr werden soll. Aber es soll alles schöner werden hier. Das Feld soll schon mal ein bisschen besser aussehen als vorher. Gerade alles. Und dann würde ich daneben vielleicht irgendwo eine Allee machen. Darauf läuft es vielleicht hinaus. Ich hoffe es läuft drauf hinaus. Es dauert auch alles seine Zeit, wie man merkt. Das heißt immer, dass hier kein Feld ist, wenn ich das so mache. Das ist alles ein bisschen komisch gebaut, glaube ich. Ja, dann warte ich übrigens, dass alle gleichzeitig weg sind. Und es tanzt nur eine aus der Reihe. Naja. Das sieht alles immer so komisch aus. Ich weiß auch nicht. Das finde ich ja gar nicht so. Oh Mann. Also hier muss auch noch Erde ran. Das ist alles nicht so, wie ich das haben will. Irgendwie. Das ist schwierig. Oh Mann. Oh Mann. Die Sachen machen immer weg. Obwohl wir gerade ein bisschen Durst haben. Das kann ich auch erhöhen. Das kann ich auch erhöhen hier. Mit rechter Maustaste. Aber auch nicht unbegrenzt. Aber auch nicht unbegrenzt irgendwie. Ja. Es ist egal. Oh. Boah. Da brauchen wir auch viel, viel Erde. Ich glaube, man kriegt hier viel zu viel. So, okay. Das dauert natürlich alles seine Zeit. Hier die ganzen Hügel sind natürlich viel zu viel. Das soll nämlich alles gerader werden, hier du. Hier muss ich auch noch ein bisschen. Ja, da muss es wieder runter. Erstmal muss die Erde vorhanden sein, sonst geht es ja nicht. Aha, das sieht ja schon... ...naja... ...aus. Die Löcher, die muss man erstmal sehen, ne? Okay, das geht ja schon fast. Dahinter ist mir das erstmal egal. ... 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 Äh, ich kriege die Kante immer noch nicht hin, naja. Weiter geht's in der nächsten Folge von Weising World. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin, tschüssi!